hallo ich bin's wieder ich mache jetzt ein video von meinem bruder seine masken meine lästige katze schon mal die da die da die da die da ok ich bin in youtube ist dann drinnen ich hoffe er gibt mir kommentar und er gibt mir daumen hoch du laufest du laufest du laufest du du schläge du ja muss da mein handy schnuppern du glatt ja schön gegraut werden du nervst mich total ich mache mir zum fertig gericht kartoffelbrei mit röstzwiebeln und croutons diese speisen liebe ich total fertig in fünf minuten an die meisten wissen eh wie es geht eigentlich gar nichts dabei einfach heißes wasser reingießen mit dem wasserkocher und dann schon fertig ich bin ja gullig die ist ja gut bist du wie so ein baby nun klappt es mal er nervt mich groß Unsere Katze kratzt immer da an den Dingern dran, sie kratzt überall dran und das geht einfach nicht. Vielleicht kennt ihr mich von einem Video, J um M B F F. Vielleicht seht ihr das Video mal, gebt mal ein, J und M B F F, okay? Da seht ihr mich von meinen Freunden. So, ich würde es dann einfach rein lernen, es raucht schon, kann man ausmachen, hallo? Bitte, bitte, bitte. Entschuldigung, aber sie hat eigentlich einen Kratzbaum, unser Kater, aber er machte eigentlich überhaupt nicht, ich verstehe es, ich zeige euch jetzt mal einen Kratzbaum und vielleicht könnt ihr mir einen Kommentar schreiben, ob ihr wisst, warum er das macht, okay? Das wäre echt nett von euch. So, jetzt einfach umrühren. Okay, gut, also, ich zeige euch mal den Kratzbaum, so sieht er aus, da könnt ihr locker drauf kratzen. So, okay. 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 Die Pörsi, einen königlichen Erlass. Die Pörsi, einen königlichen Erlass. Okay, tschau!